Bevor wir richtig ins Video starten, schauen wir uns mal ganz kurz den Shop an. Nur mal ganz kurz, ich nehme das Video an einem Freitagabend auf. Das heißt, Samstagmorgens könnte ein anderer Shop erscheinen. Das ist gerade mein Shop hier. Wir haben die X-23-Pakete wieder drin, ganz viel Marvel. Der Zeitlose ist ja neu reingekommen. Kira, richtig cooler Skin, habe ich damals sehr, sehr gerne gespielt. Und genau, hier geht es weiter runter. Wir haben wieder hier Invincible bekommen. Auch wieder Back im Item Shop, The Weeknd, hat noch immer keinen Bock rauszugehen. Könnt gerne den Creator Code Savile verwenden. Alle zwei Wochen wird der automatisch gelöscht. Aber, was ich auch noch machen will mit euch, ich will mal die Spielerzahlen ganz kurz angucken. Wir haben hier Battle Royale mit 723.000 Spielern. Lego Fortnite hat extrem viele Spieler verloren. Die hatten wirklich fast wie Battle Royale am Anfang. Muss man aber auch nachvollziehen, weil es keine Updates gibt. Erst jetzt kommt bald ein neues Update und ich denke auch, dass die Spielerzahlen dann hier hochgehen werden. Aber jetzt passt mal auf, was sehr, sehr interessant ist. Die Festival Hauptbühne hat genau so viele Spieler wie Rocket Racing. Was mich echt sehr verwundert, weil Rocket Racing ein cooler Modus ist, aber mehr Leute feiern irgendwie die Festival Hauptbühne zur Zeit. Interessant auf jeden Fall. Wollte ich euch nochmal hier zeigen, bevor wir ins Video reingehen. Und jetzt gehen wir ins richtige Video rein. Ihr wisst meistens, wie das Ganze hier anfängt. Und zwar gehen wir jetzt erstmal den Balken durch. Die Season ist zu 43% fertig und es sind nur noch 55 Tage bis zur neuen Season. Wir zählen die Tage runter, weil ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir so langsam eine neue Season kriegen. Das ist ja eine sehr lange Season. Wobei ich auch sagen muss, wir bekommen ja höchstwahrscheinlich am 23. Januar das erste Riesen-Update. Und da können wir auch neue Sachen erwarten. Jetzt kein Hotfix und ein Riesen-Update. Dann kommen wir jetzt nochmal ganz kurz zu den Ranked Cups, Leute. Und zwar gibt es ja Ranked Cups. Das Ganze läuft in Null-Bauen-Modus und im normalen Bauen-Modus. Das Ganze startet mit Solos. Hat gestern mit Solos gestarten. Heute müssen Duos dran sein und dann Squats. Und wenn Ihr insgesamt 75 Punkte erreicht habt, bekommt Ihr den High Society Ranked Umbrella. Den könnt Ihr dann freischalten, könnt Ihr spielen, wenn Ihr darauf Bock habt. Viele spielen ja zur Zeit auch Ranked, was ich sehr cool finde. Warum nicht? Und so könnt Ihr den auf jeden Fall bekommen. 75 Punkte erreichen auf jeden Fall. So, dann hatten wir letztens eine Information zu Travis Scott, okay? Ich hatte vielleicht gemeint, dass die Skins eventuell in den Itemshop reinkommen. Ich habe nicht gesagt, die kommen rein. Eventuell. Man muss dazu sagen, dass Travis Scott als auch Grathos geupdatet worden sind, okay? Deren Skins wurden ein bisschen besser gemacht, wurden ein bisschen geupdatet. Und eigentlich macht das Fortnite nur, wenn die auch wirklich in den Itemshop wieder reinkommen. Aber es kann natürlich auch sein, warum auch immer die jetzt die Skins updaten. Vielleicht liegt das auch daran, dass sie in der jetzigen Version einfach nur was geupdatet haben. Aber meistens ist es so, wenn die ein Update bekommen, könnten die zurückkommen. Aber es ist nicht safe. Es ist überhaupt nicht safe. Ich sage es Euch nur, okay? Und so könnten die dann im Itemshop aussehen, wenn Travis zurückkommen könnte oder Grathos. Also macht Euch da bitte keine Hoffnungen. Es kann sein, aber es ist nicht bestätigt. Hier seht Ihr mal ein paar Skin-Konzepte von Jujutsu Kaisen, Leute. Was ich sehr, sehr cool finde tatsächlich. Die wurden erstellt von Flowtown Hockey. Richtig geile Jujutsu Kaisen-Skins gemacht in Fortnite. Sehr, sehr krass. Ich blende Euch einfach mal alles geschwind hier ein. Ich habe zwar den Anime nicht angeschaut, aber die Skins gefallen mir. Dann hat Party Royale ja ein kleines Update erhalten bei dem Vorschau-Bild. Keine Ahnung warum. Äh, auch immer. Das ist das alte Party Royale-Bild, was ich Euch gerade hier einblende. Und jetzt ein bisschen schlechterer Qualität das neue. Keine Ahnung. Vielleicht bekommen wir neue Konzerte oder so. Wer weiß. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Dann habe ich für Euch einen Eevee-Gameplay. Okay, die haben wir ja noch immer nicht in Fortnite drinnen, Leute. Und viele hoffen, dass wir diesen Skin auf jeden Fall bekommen. Ich natürlich auch. Und, ähm, ja. Denn, äh, das ist hier der Skin. Sie ist noch immer nicht im Item-Shop drin. Vielleicht, wenn das Video online kommt, kommt der Skin in den Item-Shop. Kann natürlich sein. Ist aber nicht sicher. Denn ich nehme das Video in Eure Zeit gestern auf. Also ich nehme gerade Freitagabends auf. Dann gibt es einen kleinen Bug bei dem Kartox 3 Starfinder Backbling. Wenn ihr den Backbling ausrüstet, dann kommt einfach das hier. Ihr seht hier ganz viele komische Texte, Color, Farben und so weiter. Irgendeinen Code und weiß, weiß ich was. Also falls ihr dieses Backbling hier ausrüstet, dann kann hier das auf jeden Fall passieren. Kommen wir nochmal ganz kurz zu Travis Scott. Travis Scott ist der meistbenutzte Icon-Skin. Skin, überhaupt, of all time, äh, so wie die hier alle sagen. Und, äh, Slim Shady. Eminem ist der meistgespielte Skin in, äh, dieser Saison. Finde ich auch sehr interessant. Dann haben wir hier die Daily Jam Tracks für euch, Leute. Wir haben hier einmal, äh, Zombie, Mr. Brightside, Confirm My Face von The Weekend, Nothing's Alright, Stitches und so weiter und so fort. Falls ihr die Jam Tracks zocken wollt. Auch mal ein kleiner Fun-Fact für euch. Das wusste ich auch nicht. Sehr, sehr cool. Und zwar wusstet ihr, dass auf der Map ganz verschiedene Flugzeuge überall auf der Map, äh, gelandet sind, beziehungsweise abgestürzt sind. Und dort befindet sich auch meistens immer so eine Kiste. Also viele Flugzeugabstürze auf der Map. Keine Ahnung warum. Vielleicht habt ihr eine Theorie. Ich weiß es nicht. So, dann wichtige Information. Das ist ja jetzt die, äh, äh, jetzige Map. Ja, so ist das Schneegebiet noch oben da. Und so sieht die Map dann später aus. Und zwar wahrscheinlich dann im späteren Verlauf der Season, dass das Schnee nach rechts langsam aufhört. Und dann irgendwann mal, dann im Frühling, Sommer ganz verschwindet. Wir wissen ja, die Nintendo Switch soll anscheinend jetzt im September rauskommen. Also September diesen Jahres. Ich freue mich übertrieben, Leute. Ich hoffe, dass wir eine coole Switch bekommen. Die Switch ist eine coole Plattform, aber zum Zocken für mich, es leckt. Es ist einfach 30 FPS und so. Und das kann jeder bestätigen. Wer auf dem PC zockt und 240 Hertz Monitore hat oder 240 FPS zockt, der weiß, der kann nie wieder zurück auf so ein 30 FPS Display, Leute. Wisst ihr, was ich meine? Da muss mindestens 60 oder 120 FPS rein. Natürlich müssen auch die Displays da mitspielen mit den Hertzanzahlen. Aber anscheinend soll die Switch ungefähr so gut sein wie die PS4 von der Qualität her. Mindestens, ne? Das heißt mindestens. Mindestens so gut wie die PlayStation 4. Bin ich mal sehr, sehr gespannt. Falls ihr auf der Map die neue Pistel sucht, die Anfang dieser Woche rausgekommen ist, die Lock-on-Pistel. Leute, ich fühle euch da. Ich finde die Pistel selber fast nicht. No joke. Die Pistel ist so selten. Aber wir machen mal weiter mit ein paar weiteren Leaks. Und zwar mit Lego Fortnite diesmal. Lego Fortnites neuer Wolf. Das ist er, Leute. Der Codename ist Stormstick Wolf. Und kommt mit dem neuen Rift-Update, was wir bald erhalten werden in Fortnite. Auch mit den neuen Schwertern, beziehungsweise mit der neuen Rarität, die wir bekommen. Und Epic Games testet nun 28.3 für Lego Fortnite. Das heißt, wir bekommen jetzt auch bald in den nächsten Wochen ein Fortnite-Update. Und dann kommt ja bald dieses neue Rift-Core rein. Was ich euch im letzten Video gezeigt habe. Ein neues Tier. Und zwar das Krabbentyp-Tier. Kommt auch noch rein. Und genau das zu Lego Fortnite auf jeden Fall nochmal ganz kurz hier. Dann gab es eine riesen Umfrage von Fortnite wieder. Die fragen nämlich die Leute, was hat euch gefallen? Gefällt euch Rocket Racing? Mögt ihr Rocket Racing nicht? Spielt ihr den Ranked-Modus? Und so weiter und so fort. Richtig viele Umfragen. Ob ihr zum Beispiel Fortnite OG vermisst. Ob ihr euch auf die nächste Season freut. Wie die Aufträge im Match sind. Und so weiter und so fort. Finde ich gut, dass Fortnite die Meinungen der Community auf jeden Fall einholt. Ganz wichtiges Ding. Das waren auf jeden Fall alle Informationen zum heutigen Tag. Checkt gerne diese Videos aus. Benutzt, wenn ihr Bock habt, den Creator-Code Savile. Ich bin raus. Bis dann und ciao, ciao. Bis dann.